Hey, ihr seid mit dabei in der 12. Folge vom Let's Play zu Bundesliga Manager Professional. Ich bin Thomas von Tom2TomGames und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen gerade die Saison 1993-94, haben den Aufstieg in die 2. Liga geschafft aus der Amateur-Oberliga. Und müssen jetzt versuchen, uns hier in der 2. Liga zu behaupten. Das ist vor allen Dingen auch ein finanzielles Problem, denn wir haben einfach nicht genügend Geld, um die ganze Zeit im Trainingslager zu sein. Und deshalb sind unsere Stärkewerte hier im Vergleich zum Rest der Liga eben nicht so schnell angestiegen. Das ist natürlich eigentlich auch realistisch. Wir sind nur ein Aufsteiger. Es ist selten, dass man dann direkt den Durchmarsch macht. Meistens ist man dann eben auch eher im Mittelfeld, wenn es gut läuft, der Liga unterwegs nach einem solchen Aufstieg. Wir befinden uns im Moment auf Platz 15. Ihr seht, von den Spielen, die wir bisher hatten, haben wir nur 2 Spiele gewinnen können. Ich hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen besser wird. Und ja, sehr erfreulich ist, dass wir im DFB-Pokal weitergekommen sind. Allerdings ist unser Los jetzt nicht so ganz ohne. Es ist der FC Bayern München. Allerdings müssten wir da mal gucken. Das hatte ich gar nicht gemacht. Ich habe erst mal nur gesagt, oh, FC Bayern München, uh. Aber ja, es ist natürlich gar nicht klar, ob der hier so stark ist. Wenn wir in die erste Liga gucken, dort spielt München, sehen wir der Bayern München auf Platz 11. Ein schöner Anblick. An den könnte ich mich auch gewöhnen. Aber 74 Stärke ist natürlich trotzdem eine Ansage. Schalke hier auf Platz 1 ist mit 69 Stärke unterwegs. Also, auch wenn die Platzierung es erst mal nicht vermuten lässt, wird das schon eine wirklich harte Nuss werden in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Diese nächste Runde findet statt am 14. Oktober, wenn alles gut läuft. Also in dieser Folge hier. Wir haben außerdem im Stadion noch einen Auftrag laufen, nämlich in 12 Wochen werden wir 4.000 zusätzliche Stehplätze haben. Das ist besonders wichtig, um ein bisschen was an unseren laufenden Finanzen zu ändern. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir checken einmal die Aufstellung. Alle sind gesund. Alle, ähm, also niemand ist gesperrt. Alle stehen also sozusagen bereit. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Unser, ähm, unser Spiel wird stattfinden in Berlin, äh, auswärts. Das ist der 10-platzierte, etwas weniger stärker als wir. Ähm, es bleibt auch so zu hoffen, dass wir da mal gut abschneiden. Ja, das Spiel beginnt. Äh, wir haben keine Ahnung, wie voll es da ist in Berlin. Aber hier ist die erste Chance gewesen. Jetzt direkt der Konter für uns. Und der Ball ist drin. 1 zu 0 für den SV Werder Bremen. Aber jetzt leider direkt eine rote Karte für Neubart. Das war natürlich unnötig. Jetzt, äh, spielen wir hier in Unterzahl. Zum Glück ist Neubart ja, äh, im Sturm. Das heißt, ähm, wir verlieren jetzt nicht so viel, äh, nicht so viel Abwehrpower. So, jetzt noch felbe Karte für Dehring. 34. Minute. Wieder eine Chance für den SV Werder Bremen. Schönes Spiel vor dem Tor. Und rein damit. Wiedners zweite Saisontor. So, in der 43. Minute jetzt, ah, wieder Ballverlust, äh, der Berliner. Weit nach vorne, aber durch den Torwart geklärt. Da wird sich Alofs ärgern, dass er den nicht verwandelt hat. Aber 2 zu 0 nach der ersten Halbzeit ist natürlich trotzdem ein schönes Ergebnis. Das lässt hoffen. Ja, die zweite Halbzeit wurde wieder angepfiffen. Sind schon 10 Minuten jetzt vergangen. Jetzt eine Chance für die Berliner zu verkürzen. Und mit einem Kopfball gelingt ihnen das auch. 60. Minute. 70. Minute. Jetzt, wenn wir mal ein bisschen frische Beine reinbringen, Wind und Rufer. Außerdem hier oben ein bisschen das Stellungsspiel wieder verbessern. Und weiter geht's. 72. Minute. Erneut eine Chance für Berlin. Äh, ausgespielt. Komplett ausgespielt. Da sieht die Abwehr und auch unser Torwart wirklich, wirklich schlecht aus. Jetzt aber Ballverlust nach dem Abstoß. Aber daneben. Kohn vergibt. Da ziehe ich ihm vom Gehalt ab. So, ein letztes Mal. Jetzt die Chance wieder für Berlin. Boah, zum Glück drüber. Ich meine Herzklapper ist da. Immerhin noch unentschieden ausgegangen. Das tut natürlich weh. Die 2 zu 0 Führung aus der ersten Halbzeit. Im Prinzip verschenkt jetzt. 2 zu 2 am Ende. Schade. Damit sind wir weiterhin im unteren Drittel der Tabelle unterwegs. Glücklich ist 2 zu 2. Ja. Muss man sagen, nach der zweiten Halbzeit ist das richtig. Da habt ihr ja Autor des Zeitungsartikels wohl recht. Das nun folgende Spiel ist wieder zu Hause. Das heißt, ich hoffe, wir können noch mal ein bisschen Geld einnehmen. Jetzt gegen den FC Saarbrücken. Tatsächlich sollten wir mal gucken. Am Ende der letzten Folge war leider das... Die verfügbaren Trainingslager waren zu teuer. Und das ist auch weiter so. Ja, die 400.000 möchte ich einfach nicht ausgeben. Dann ist das Konto leer. Ich denke, das ist keine gute Idee. Also muss es so gehen. Tja. Okay. Neubart ist jetzt für 3 Spiele gesperrt. Bode als Ersatz. Das... Ich denke, das lässt sich trotzdem ganz gut an. Der 9. Spieltag also jetzt bei uns zu Hause. Mal sehen, wie voll es wird. Wir bleiben bei 15 D-Mark. Ich hoffe, da kriegt man gegen Saarbrücken, der relativ weit vorne in der Tabelle sind, einige Zuschauer. Ja, ausverkauftes Haus wieder. 12.000 Zuschauer. Das ist sehr schön. Das spürt Geld in die Kassen. Die ersten 20 Minuten sind schon vergangen. 25 Minuten. Außer einer gelben Karte für den SV Werder Bremen nichts gewesen. Jetzt die erste Chance. Aber nicht verwandelt. 35. Minute jetzt schon. Bald ist die Halbzeit zu Ende. 43. Minute. Jetzt ein Abschlag nach vorne. Aber Ballverlust. Bremen geht nach vorne. Schöner passt nochmal vor das Tor. Und Klaus Alofs verwandelt diese Chance. Und damit steht es 1 zu 0 zur Halbzeitpause. Das ist sehr schön. Der 15. gegen den 4. Und im Moment führen wir. Tja, in der Kabine werde ich natürlich jetzt auf meine Spieler einwirken, damit wir das auch wirklich noch halten. Das müssen wir jetzt über die Zeit retten. Am besten sogar noch ausbauen. Aber auf jeden Fall müssen wir diesen Vorsprung retten. damit es nicht wieder so läuft wie beim letzten Spiel in Berlin. 50. Minute. 55. Minute. Das ist jetzt spannend. Ein Krimi. Ah, wieder eine Chance für den SV Werder Bremen. Schönes Passspiel. Aber gerettet durch den Torwart von Saarbrücken. Heißt es dann der Saarbrücken? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wieder erneut eine Chance. Ziemlich dichtes Getümmel da vor dem Tor. Der Ball ist weg. Aber 1 zu 0. Ja. Das Spiel ist gewonnen. Hier über die Zeit gerettet. Also ich sag mal, die 12.000 Zuschauer werden nicht unbedingt ihre Freude gehabt haben. Aber für uns ist es natürlich super. Zehnter Platz jetzt. Direkt fünf Plätze nach oben. Damit sind wir in der Tabellenmitte. Mit einem einzigen Spiel. Ja, so viel kann das ausmachen. Das ist natürlich jetzt sehr erfreulich. Jetzt müssen wir da, jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt spielfrei. Ich denke, es wird Europapokal sein. Jetzt da, das nehmen wir. Jetzt können wir, Schweißperle können wir nehmen. Achso, ich schaue erstmal, was die Finanzen überhaupt machen. Das finde ich ein bisschen ärgerlich, muss man auch sagen. Es wäre natürlich praktischer, wenn man den Kontostand in allen 600.000, das ist gut. Das können wir also ohne Probleme machen. Es wäre schon sehr erfreulich, wenn in allen Bildschirmen, in denen wir auch was ausgeben können, auch irgendwie ersichtlich wäre, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Ja, wenn ich doch da 400.000 für ein Trainingslager ausgeben kann oder noch mehr, wenn ich in dieses Luxushotel fahre, dann wäre es doch gut zu wissen, ob ich mir das auch leisten kann, ohne dass ich dafür zwei Bildschirme zurück muss oder so. Das ist ein bisschen schade. Aber ich meine, es musste ja auch noch, es musste ja noch Möglichkeiten geben, sich zu verbessern. Jetzt Europapokal, da hatten wir spielfrei. Okay, und jetzt, jetzt kommt das erste Problem. Es ist natürlich sehr erfreulich, dass Rollmann, unser Torwart, von einem auf vier Jahre verlängern möchte. Das Problem dabei wird sein, dass der liebe Herr Rollmann im Moment ein Gehalt von 1800 DM hat und wahrscheinlich wird es teurer werden. Nein, er bleibt bei 1800 DM. Das ist natürlich erfreulich. Ich dachte, jetzt würden hier die Gehälter nach oben gehen, dann hätten wir ein echtes Problem gehabt, aber so ist es natürlich in Ordnung. Ja, das nehmen wir doch an. Ja, auch vier Jahre verlängern. Klasse ist das. Gut, wir sind beim zehnten Spieltag. Der zehnte Spieltag ist auswärts gegen Hertha BSC, also wieder in Berlin. Und, ja, da müssen wir mal sehen. Das Spiel geht los in Berlin. Wahrscheinlich ausverkauft, ist ja ein Riesenstadion da. Ähm, bisher ziemlich ereignislos. Jetzt die 37. Minute, direkt eine Chance für uns. Ja, faul. Schnell gespielter Freistoß, aber gerettet durch den Torwart von Hertha. Jetzt, gelbe Karte für Bockenfeld. 39. Minute. Ja, da ist viel los, da wird gedribbelt und da ist der Ball drin. Kohn versenkt den Ball, den fünften Saisontreffer, sehr schön. Und damit steht es 1 zu 0 am Ende der ersten Halbzeit. Ein sehr erfreuliches Ergebnis in einem ansonsten doch sehr ausgeglichenen Spiel. In der Halbzeitpause wird natürlich jetzt ein bisschen Druck auf die Spieler ausgeübt. Ähm, wer jetzt nicht bald mal ein Tor schießt, geht zu Fuß nach Hause. Und weiter geht's. Ja, 55. Minute, 60. Minute. Gelbe Karte, Borowka. Gelbe Karte, Rek. 70. Minute. Oh, jetzt, jetzt, ein... Oh, das war eine Chance für Hertha. Weiter Schuss nach vorne und dann nochmal Volley genommen, aber zum Glück von Rek gerettet. 88. Minute. Ein letzter, verzweifelter Versuch sogar noch mehr in die Offensive zu gehen. Wird sicher schief gehen. Los, los, los. Ah, jetzt Freistoß für die Bremer. Ah, und dahin konnte der, äh, der Torwart von Hertha BSC doch noch retten. 90. Minute, rote Karte, Borowka. Und jetzt zum Schluss noch mal eine Chance für... Ne, jetzt der Konter. Also keine Chance für Hertha, sondern der Konter durch die Bremer, aber nochmal gerade so gerettet. Durch den Torwart, der eigentlich zu weit nach vorne gelaufen war. Ja, äh, ein höheres Ergebnis wäre schön, aber 1 zu 0. Gewonnen ist gewonnen. Und, ähm, damit haben wir jetzt den neunten Platz erreicht inzwischen. Es geht also doch langsam, aber sicher im Moment bergauf. Das ist sehr erfreulich. Unsere Auswärtstabelle sind wir auf Platz 9. Heimtabelle sind wir auf Platz 9. Okay, ich wollte mal sagen, das ist ausgeglichen, ne? Ja, super Spiel, 1 zu 0 bei Hertha BSC, Titel, die Zeitung. Die Wertungen, naja, zwischen 2 und 4 sind halt keine Totalausfälle dabei. Wobei ich natürlich nicht weiß, Borowka wird jetzt nicht bewertet, weil er eben eine rote Karte bekommen hat. Also wer am Ende nicht mehr im Spiel ist, kriegt keine Bewertung hier. Naja. Was mir auffällt ist, dass wir tendenziell schon recht viele Karten bekommen. Und das ist natürlich, ähm, problematisch. Nicht, dass wir hinterher zusätzlich zu den Verletzten, die im Laufe der Saison sicherlich wieder auftreten werden, dass wir da Probleme bekommen mit dem Kader, weil uns einfach Spieler fehlen. Jetzt haben wir im Moment schon 2 gesperrte Spieler, wobei nur noch für ein Spiel, ähm, ja, es wird sich zeigen. Jetzt haben wir den 11. Spieltag, 27. September und, ähm, das wird wieder ein Heimspiel sein. Ja, gegen, ähm, Mannheim, die sind auf dem 12. Platz, äh, etwas weniger stärker als wir. Ich hoffe, dass wir das gewinnen werden. Und wenn wir dann nochmal ein bisschen Geld kriegen, vielleicht können wir nochmal was in unser Stadion investieren, um das auch ein bisschen attraktiver zu machen. Jetzt sehen wir hier unsere Tendenz, die ist doch ganz klar steigend. Das ist sehr erfreulich nach diesem Tief hier. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir wollen ja vorankommen. Wir müssen ja vorankommen in der Liga. Es ist Anstoß und, ähm, wir spielen wieder vor ausverkauftem Haus, vor 12.000 begeisterten Bremer Fans. Äh, für die Fans von Mannheim war leider kein Platz mehr im Stadion. Und hier die erste Chance leider für die Gäste. Nein, der Konter von, äh, Ballverlust, dann schneller Konter von Bremen. Der Torwart war zu weit draußen, einmal gelupft und drin ist er. Da, da hat der Ring abgestaubt, würde ich sagen. Sehr schön, 45. Minute, wir sind in der Halbzeitpause. SV Werder Bremen führt 1 zu 0 gegen den SV Weben Mannheim. Es geht weiter. Die zweite Halbzeit, 50. Minute. Schuss nach vorne, aber Ballverlust. Die Bremer holen sich den Ball. Äh, schönes Spiel vor dem Tor, aber dann leider doch daneben. Otten vergibt. 60. Minute. 70. Minute. Dr. Akula, ähm, wechselt Alofs aus gegen Bode, um mal ein bisschen frische Beine reinzubringen. Es geht weiter nach dieser Auswechslung. Motava kassiert eine gelbe Karte. Jetzt 80. 81. Minute. Eckball für die Bremer und er ist drin. Ja, bei den, bei den Standardsituationen sind sie sicher. Windenrufer mit seinem dritten Saisontor. Jetzt 88. Minute. Oh, das tut weh. Das tut dem Drehmann weh. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kohn mit einem Muskelfaserriss. Da wird er sicherlich lange ausfallen. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich nochmal einen Ersatzmann. Alofs. Alofs wieder rein hier. So. Weiter geht das Spiel. Das ist natürlich bitter. Diese Verletzung am Ende, die wirft die Bremer in der Saison doch zurück. Aber das Spiel ging 2 zu 0 aus. Das ist sehr erfreulich. Damit sind die Bremer auf den sechsten Platz vorgerückt. Jetzt schon eine Serie von insgesamt 5 Spielen ohne Niederlage. Und 3 Siegen hintereinander. Die Toddifferenz mit Plus 2. Nicht so super, aber es wird. Ja, hochverdientes 2 zu 0 gegen Mannheim titelt die Sportzeitung. Und da würde ich so zustimmen. So. Ja, wir sind am 12. Spieltag. Das wird wieder ein Auswärtsspiel sein. 400.000 haben wir jetzt wieder auf dem Konto. Dadurch, dass wir immer ausverkauftes Haus haben, das ist natürlich sehr erfreulich. Läuft auch ganz gut. Ich denke, wir könnten mal versuchen. Oh, Osnabrück ist unser Gegner. Osnabrück ist sehr stark. 61. Da wir das Stadion immer voll haben, denke ich, könnten wir auch versuchen, mal auf 16. D-Mark hochzugehen mit dem Preis. Um so ein bisschen auszuloten, was die Fans denn bereit sind zu zahlen. Wir müssen einfach das Geld haben. Wir sind jung und brauchen das Geld. Was ist an Trainingslager möglich? Und jetzt stellt sich die Frage, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, Geld für das Stadion zu haben oder ist es wichtiger, das Geld ins Training zu stecken? Ja, tendenziell würde ich sagen, wir stecken es doch lieber in den Hofschweißperle. 280.000 D-Mark sind natürlich kein Pappenstiel. Aber jetzt müssen wir uns vielleicht mal angucken, wie sich das verändert hat mit unserer Stärke. Wir sind jetzt schon im oberen Drittel gelandet. Also, es macht sich schon bezahlt. Ja, das Training im Mittelfeld ist immer noch nicht so richtig effektiv, offensichtlich, obwohl wir ja da in der letzten Folge das ein bisschen geändert haben. Ich würde jetzt noch stärker aufs Mittelfeldtraining gehen und hier ein bisschen ausgeglichener nochmal werden. Mal sehen. Also, ich selbst bin sowieso total ausgeglichen, das habt ihr ja schon gemerkt. Aber, also, ich meine das, ach, ihr wisst schon. So. Ja, Ausstellung hatte ich schon gecheckt. Muskelfaserriss kann natürlich sich wirklich lange hinziehen. Das ist ärgerlich, dass Kohn so lange ausfällt. Denn mit fünf Toren ist er ja auch wieder, wie in der letzten Saison hier, unser Torschütze Nummer eins im Team. Und das ist schon ein Verlust für uns. Gut. Ja, was hatte ich gesagt? Osnabrück, VfL Osnabrück. Da spielen wir auch in Osnabrück. Ja, wollen wir mal in den Bus steigen und dahin fahren. Das Spiel beginnt. Die ersten 20 Minuten sind ohne Ereignisse vorbeigegangen. Und jetzt die Chance für die Bremer aus einer Standardsituation heraus. Aber leider nichts daraus geworden. Ja, die erste Halbzeit geht relativ ereignislos zu Ende. Das ist erfreulich. Und dann auch wieder nicht. Ja, so kommt man natürlich nicht groß weiter. Ja, Osnabrück ist wirklich ein starkes Team, muss ich sagen, wenn man sich das hier anguckt. Form ist nicht so super, aber ansonsten 71, 60, 52, das ist schon eine Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappen wird. Mal sehen, wie wir uns durch die zweite Halbzeit so durchpfuschen können. Ja, zweite Halbzeit ist angepfiffen. Jetzt die Chance. Erste Chance für Osnabrück. Und kommt jetzt die Flanke rein. Ja, Flanke. Und da ist das Tor für Osnabrück. Das ist natürlich ärgerlich. Der Führungstreffer ist da. Mal sehen, ob sich die Bremer davon erholen können. Jetzt Bockenfeld mit einem Leistenbuch. Ja, im Moment aber auch wirklich Verletzungspech bei den Bremern. Sauer kommt als Ersatz rein. Ab auf die Position. Und dann Neubert. Raus. Brode rein. Und los geht's. 62. Minute. Wiederum die Chance für Osnabrück. Ja, jetzt wird der Ball rein gegeben. Ja, eine schöne Flanke. Das muss man so sagen. Neidlos zugeben. Und da war der Ball drin zum 2 zu 0. Ja, so schnell kann so eine Siegesserie wie die von Werder Bremen auch schon wieder vorbei sein. Das Spiel endet. 2 zu 0 für die Gastgeber in Osnabrück. Ärgerlich. Damit fallen wir auf den achten Platz zurück. Aber gut. Torverhältnis plus minus 0. Ja, ein unglückliches 0 zu 2. Ich denke, das trifft es ganz gut. Jetzt haben wir es spielfrei. Ich denke mal wieder ein Europapokalspiel. Und dann müssten wir eigentlich beim DFB-Pokal sein. Ne, 13. Spieltag erst noch. Ach, 7. Da ja am 10. Wenn ich... Was war das? Was am 10? Müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Also jetzt spielen wir gegen Fortuna Köln. In Bremen. Das ist erfreulich. Mal sehen, wie sich das... Die Erhöhung... Die Preiserhöhung auf unsere Zuschauerzahlen ausgewirkt hat. Nochmal gucken. Am 14.10. Okay. In einer Woche also. Naja. Also das würde ich diese Folge gerne noch machen. Geld für das Trainingslager ist jetzt gerade nicht da. Nach dem Spiel vielleicht. Aber auch dann sollten wir vielleicht ein bisschen warten. Das ist so das Leben am Limit hier gerade. Finanziell. So, zwei Verletzte. Zum Glück nicht im selben Mannschaftsteil. Ja. Ja, los geht's. Zu Hause wiederum ausverkauftes Haus. Wir könnten also vielleicht noch höher gehen mit den Preisen. Und direkt die erste Chance für den SV Werder im Jahr. Und da ist er drin. Was für ein Schuss. Abgezogen hat der Wiener da. Richtig. Oben rein ins Eck. 1 zu 0. So, jetzt 30. Minute. 35. Ja, 1 zu 0. Die erste Halbzeit gerettet gegen Fortuna Köln. Das ist wunderbar. Jetzt muss nur die zweite Halbzeit... Da muss das gehalten werden. Es geht weiter. Jetzt haben wir die Chance für Fortuna Köln. Auszugleichen. Ja, und da ist der Ausgleich. Auch das wieder ein Schuss. Aus dem Raum. Nicht nach dem Tor. Jetzt müssen wir sehen. Es müssen neue Spieler rein. Frische Spieler müssen rein. Marco Bode geht in den Sturm. Wiedner ist K.O. Und Votava geht dafür rein. Und weiter geht's. Mal sehen, ob sich die Auswechslung bezahlt macht. Im Moment sieht's eher aus, als würde Fortuna Köln davon profitieren. 79. Minute. Erneut die Chance für Fortuna Köln. Nein, jetzt verlieren sie den Ball. Und dann verlieren die Bremer den Ball wieder. Toll reingeflankt, aber dann an den Pfosten. 88. Minute. Jetzt noch mal eine letzte Chance für den SV Werder Bremen. Wird abgezogen, aber dann rettet der Torwart von Fortuna Köln. Tja, und damit geht das Spiel unentschieden aus. Ich denke, nach diesem Spielverlauf ist das ein absolut gerechtes Ergebnis. Und, ähm, ja, der SV Werder Bremen scheint es sich jetzt ein bisschen gemütlich gemacht zu haben, hier auf Platz 9 der Tabelle. Und jetzt sind wir beim DFB-Pokal. Das ist natürlich eine harte Sache. Jetzt haben wir wirklich mal einen harten Gegner. Fangen wir aber erstmal damit an. Wir haben 312.000. Mich interessiert nämlich, ob wir da gleich Geld dran verdienen, wirklich, am DFB-Pokal. 312.000 haben wir auf dem Konto. Ähm, die zwei Verletzten, da ändert sich nichts dran. Ähm, das wird noch was dauern. Wir spielen also gegen Bayern. Ich würde ja die, ich würde ja sagen, wir stellen Defensive auf, aber das Team ist es ja nicht gewohnt, in einer anderen Formation zu spielen. Deshalb lasse ich es jetzt mal bei dem offensiven Spiel. Wenn es schief geht, dann geht es halt richtig schief. Also, abwarten und Daumen drüben. DFB-Pokal, zweite Runde. FC Bayern München gegen SV Werder Bremen vor 23.248 Zuschauern. Und direkt die erste Chance für den FC Bayern München. Und nach der sechsten Minute geht der FC schon in Führung. In der 10-Minute wäre fast das 2-0 aus der Standardsituation am Freistoß herausgefallen. Jetzt aber Freistoß für die Bremer. Aber da dasselbe Problem oben an die Latte und weg ist der Ball. Ja, bisher zumindest schon mal ein interessantes Spiel für die Zuschauer. Jetzt in der 28. Minute. Die Chance für die Bremer. Nachschuss. Zweiter Nachschuss. Dritte Chance. Aber nichts daraus gewonnen. Borovka hat vergeben am Ende. So, jetzt der Ball nach vorne. Das wird ein Fehlpass. Das sieht nicht gut aus. Da haben die Bayern den Ball. Sie gehen nach vorne und zum Glück daneben. 1-0 weiterhin. Erneut eine Chance durch Freistoß für die Bayern. Aber auch da zum Glück durch den Keeper geklärt. 38. Minute. Erneut Bayern München im Sturm. Stürmerfoul jetzt. Ja, schneller Freistoß war das. Und dann versenkt. 2-0. Ecke 3-0. Ja, ich bin sprachlos. Aber eigentlich hatte ich es auch nicht anders erwartet. Es wäre schon sehr überraschend gewesen, wenn wir da jetzt eine echte Chance gehabt hätten. Bayern München. Stärke 71. Wir Stärke 60. Ja, man merkt schon, der erste Ligist ist hier klar überlegen. Schön wäre es natürlich, wenn wir in der zweiten Halbzeit vielleicht noch so den Anschlusstreffer, mal so einen Ehrentreffer machen würden. Das wäre für die Moral sicherlich auch sehr gut im Team. Denn es muss ja auch in der Saison weitergehen. Aber mit solchen vergebenen Chancen wird das nichts. Ja, das muss man ganz offen so sagen. 60. Minute jetzt. Wieder die Bayern im Sturm. Ja, jetzt das Passspiel. Vor das Tor. Ah, zum Glück gerettet. Weiterhin 3-0 für die Bayern. 69. Minute. Jetzt nochmal eine Chance für den SV Werder Bremen. Nein, da ist der Ballverlust. Schneller Konter durch Bayern München, aber gerettet durch den Torwart. 70. 75. Minute. 80. Das wird nichts mehr mit dem Verkürzen auf 3-1. Kommt jetzt das 4-0 noch? Nein, das auch nicht. Das gibt sicher Bestnoten für den Torwart. Ja, und damit geht das Spiel 3-0 aus. Leider sind wir im Achtelfinale damit aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. So, jetzt gibt es hier noch Verlängerungen. Und Duisburg-Schalke ist auch in der Verlängerung noch immer unentschieden. Und auch bei Bayer-Uerdingen gegen Erfurt, also 2-mal Elfmeter schießen. Duisburg weiter und Bayer-Uerdingen weiter. Ja, damit ist hier die Amateur-Oberliga raus, würde ich sagen. Bundesliga weiter. Ja, damit sind alle Teams aus der Amateur-Oberliga raus. Und wir können ja mal gucken, wie die Auslosung für die nächste Runde sind. Kaiserslautern gegen Bayern München. Hier sind noch zwei Zweitligisten drin. Wir wollen mal sehen, ob die dann noch weiterkommen. Wir sind leider raus. Pech, sag ich mal. Ja, und jetzt, ach, ich wollte gucken. 312.000 hatten wir auf dem Konto. Oh ja, das hat sich gelohnt. Jetzt haben wir 500.000 auf dem Konto. Also, es wäre natürlich sehr erfreulich gewesen, wenn wir noch eine Runde hätten spielen können. Das wäre für unsere Finanzen super gewesen. Ja, wir gehen nochmal zum Hof Schweißperle, würde ich sagen. Den buchen wir. Gucken wir uns mal eben an, was die Verletzten machen. Sie sind weiter verletzt. Ja, wir haben ein paar Spieltage nochmal geschafft. Haben uns jetzt so im Mittelfeld hier ein bisschen festgesetzt in der 2. Liga. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Schade, dass wir aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind. Aber, naja. Insgesamt denke ich, haben wir immer noch Chancen, wenn wir jetzt weiter zulegen hier, was das Training angeht, was die Stärke angeht. Dann haben wir sicherlich auch eine Chance, sogar direkt den Durchmarsch in die 1. Liga zu schaffen. Das ist eben die Frage, ob uns das gelingen wird. Aber ob das so ist, das sehen wir jetzt in einer der nächsten Folgen. Ich speichere an dieser Stelle mal ab. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe auch, es hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze hier gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.